Moin, wir sind hier in Daemen, 3D-Turnier, geht über zwei Tage, heute drei Pfeil, morgen Hunter. Richtig. Und wie gehabt, wollt ihr mit, bleibt dabei, sonst mal draußen, wir sagen tschüss. Bis später. Ja, wir waren auf jeden Fall hier im Hotel, da haben wir uns heute eingemietet, für zwei Nächte. War okay, muss ich sagen. Du bist hier zum Bogenschießen und kannst vernünftig auf dem Port, kannst vernünftig duschen, das ist schon eine feine Sache. Mal gucken, wie das wird heute. Morgen. Moin. 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 So, letzte Runde. Mure. Lederhutjahrn. Oh, da muss ich schon loslaufen. Hallo Vater und Sohn. Tschüss. Ja, die Böder sind los. Daisy, Papier. Komm her, zu mir. Bremerhaven. Genau, wir schießen von Weiß. Die beiden kommen auf der Ecke Bremerhaven. Und Havel. So. Heiko macht den ersten Schuss. Und trifft den Kill. Ja! Das Geile ist, alle strahlen. Alle strahlen. Nicht einer vorbeigeschossen. Alle strahlen. Und am ersten Ziel, alle mit dem ersten. Alle mit dem ersten. Alle mit dem ersten. Sofort. Nicht nur so viel überlegen. Boah. Die Dacke. Jetzt kannst du ja nicht sprechen. Die Dacke. Muss ich? Ich mache das jetzt ernst, der Alte. Ja. Ja. Auch zu klein. Auch zu kurz. Auch zu kurz. Ja, der ist so schmall das Ding. Ja, aber trotzdem, kann ich nicht angehen, ey. Was ist denn los hier? Ach, Holz! Ich bin auch unterwegs mit dem Anhänger. Aber ja, ein größeres Selfie wie du. Zwei Zimmer Küche Bad. Bitte sei aufzumachen, das kannst du nicht bringen, oder? Du musst aber auch kein zweites machen. Dieser ist wichtig, aber wir sind als Herrsker. Ja, ich war's. Sie sollen auf dem Weg spielen. Momenteilk die Hölle, die Hölle, das bis zum Glück shedteilt. Putz du gelesen, hast du kließen? Kameras auf den Weg zur Hölle, noch mal zu halten? Sonst ist es einnisz Bördlern. Dann geht es auf dem Weg im Aufschlag, was den Weg zu dürfen. Sehr geil! Richtig gut! Tschakka! Steh ich im Weg? So ein Feuerball, Junge! Der Sauer, da muss er hin! Krieg ich das für euch! Wollte ich mal auf dem Film haben! Recht nach, ne? Die hält hier hinten fest einer! Zwei Astgabing! Zwei Astgabing! Bionisch! Du musst Bionisch! Eine Suppenschüssel draufgelegt oder so! Ich glaube, wenn das so ein Portionale raus gewesen wäre, wir glaub ich hätten das gemacht! Das hätten wir gemacht, ja! Ist nass ruhig! Ein riesen Elch! Der Fliege ist groß! Und wir sollen die Fliege schießen! Ich werd verrückt! Das ist nicht so auf der Entfernung! Ich hab so ein riesen Ziel! Ja, ja, ja! Das ist ziemlich geiler als die Toppen durch! Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Echt gut hier! Das ist wahrscheinlich ein reines Outtake-Video! Ne, das ist das erste Begrüßungsvideo mit dem Treffer! Wie sollen wir da oben ankommen? Um bei der Fliege die Pfeile zu ziehen! Geil! Wer steckt noch im Baum? Das wäre bestimmt das Kehl geworden! Ja, ja! Das wäre ideal gewesen! Guck mal, wo das Kehl sitzt! Guck dir das mal an! Ja, guck mal, wo die Großen hingefallen haben! Ja! Hammer! Ja! Da steht ein Zelt im Wald und die Sau hängt noch am Spieß! Ja! Digg! Passt die Anki! Wann! Ich habe da. Ja! Das war's für heute. Das Wasserbuffet. Oder was ist das? Genau. Treffer. Aber gerade noch so. Das ist so ein schöner Platz hier. Wir hätten gerne ein Gruppenfoto. Ja, komm her. Mit Jack Daniels. Mit Jack Daniels. Ja. Das Schuss bitte schon nicht. Wenn du das filmst. Ja. Nicht. Ja, nicht. Nein. Das Vieh hängt ganz schön hoch. Das ist jetzt auch nicht rüberbiegen. Aufgelaufen. Runde warten. Ja, ja. Saubär. Ja. 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 Hat gekracht. So, Heiko muss es um ihn wissen heute noch. Ja. Stahlfuchs. Und Peng. Au, ja. Ja, ja. 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 Bye. 26 26 genau genau Zauber, halt mal fest. Schön. Auch. Boah, da sind ja noch Haare dran. Kill. Passieren wir beide. Die Füße? Sehr schön. Das ist ja gigantisch. Oh, wie süß. Die Kiefer auch. Das ist eine klare Nacht. Ey, ich habe zu Hause meinen Taschenwärmer angeguckt. Nee, das brauchst du nicht. Die dicke Winterjacke habe ich auch zu heim. So, Musik ist aus. Wir gehen nach Haus. Und alle ins Kürtel. So, zweiter Tag in Dämen. Handhau-Runde. Ein Pfeil, mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Ja, kein Thema. Alles, das geht. Viel Spaß. Mutter. Jo. Hoi. Hoi. So, Schießbeginn. So, richtig. Und wer das nicht gemacht hat, ne? Moin. Moin. Und wer das nicht gemacht hat, ne? Nee, ich bin mal. Okay. 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 Gehen müssen wir jetzt rein. Ja. Alter. Zombie. Komm, manche Materialgänge haben. Der ist vorbei. Holz. Ja, Holz. von feide du arm ist auch echt wahr zauber ja zufrieden mit eurer leistung ja ne könnt ihr auch wieder alles gut aus jetzt dürfen wir den hahn schießen aber der sieht gut aus läuft wunderbar wir beißen uns durch alle am stehen hier aber hier die dinge läuft also mir hat spaß gemacht war toll ja leider siegerehrung machen heute nicht mehr haben jetzt noch 400 kilometer heimfahrt und auf dem sonntag tut mir leid aber trotzdem gefallen hat es mir echt war klasse und ohne muss ohne siegerung ausgehen